So, das Venn war hier. Dann haben wir einen Workshop gemacht. Und er hat eigentlich auch richtig gute Bilder gemacht. Hier das zweite Bild. Und worauf ich oder wir ganz stolz drauf sind, dass wir eine Mischung von diesem Naturkleber Blau richtig hinbekommen haben. Das ist auch richtig gut. Das Bild liegt jetzt schon seit ca. 2-3 Stunden. Und ich glaube da verändert sich nichts mehr. Also richtig gut geworden. Gut. Also falls ihr auch mal Lust habt auf den Workshop, einfach mal melden bei mir, wenn ihr in der Nähe wohnt. Dann können wir sowas machen. Okay. Hallo zusammen. Hi everyone. Und zwar möchte ich in diesem Video eine ganz verrückte Mixtechnik machen. Ich habe hier einiges an Tools. Also an Gerätschaften. Ich habe hier einiges an Tools. Look for the kitchen. My Sleeves. My Muff. Also Muffen. Spachtel. Cum. Gump. Spachtel. Und this one. Look at that. Kennt ihr ja alle. You know this. Okay. Farben habe ich. Schwarz-Weiß. Black Kamin Rot. Charmin. Von Amsterdam. Dann von Liquitex Basics. Raw Sienna. Von Amsterdam Reflectionsgrün. Reflection Green. Dann von Amsterdam Primary Yellow. Also primäres Gelb. Von Liquitex Basic. Naples Yellow Hoo. Heißt ja nur auf Englisch bei diesen Farben. Von Liquitex Basics Bright Aqua Green. Also Wassergrün. Und Reflection Rosa. Reflection Rosé. Von Amsterdam. Okay. Lange Rede. Kurzer Sinn. Ich würde sagen ich fange einfach an. Ich lasse wieder ein bisschen Musik laufen. Damit ich mich auf das Bild konzentrieren kann. Ja. I'll let it play the music. Then I can concentration for the picture. Der Keilrahmen ist 80 auf 40 cm. Ja. The canvas is 80 40 cm. Und ja. I do in all colors. Silikon. Also ich meine alle Farben Silikon rein. Without black and white. Also nicht in schwarz und weiß. Ich werde den Keilrahmen auch noch ein bisschen vorbestreichen. Und dann fangen wir an. Gut. Lass die Musik laufen. Let it play the music. Musik 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 Ja gut, was es noch zu sagen gibt und zwar mache ich das mit diesem Vinylkleber Hattest Junior von Gerstegger und zwar diesen extra starken, ja, mein Medium ist die Vinylkleber extra stark, extra strong, sorry, von Gerstegger Hattest Junior. Gut, nur dass ihr es wisst, did you know this? gazelle schwarzschutz zirsch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020